Hallo, hier ist BGperfect und heute zeigen wir euch einen coolen Trickshop aus dem Klassenzimmer. Zum Beispiel, was passiert, wenn man mal wieder seine Schultasche im zweiten Stock vergessen hat? Kennt ihr das, weil mein Unterricht einfach umgesetzt wird, aber man immer noch den anderen etwas fragen möchte? I wish I found some better sounds no one's ever heard, I wish I had a better voice that sang some better words, I wish I found some chords in an order that it's new, I wish I didn't have to rhyme every time I sang, I was told when I got older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry, face and I care what you think. My name's blurry. So machen wir es, wenn wir zu Hause zum Schalt zu gehen. Und danach kann man auch noch gleich sein Müll entsorgen. Ziemlich praktisch. Wenn wir unser Federmöchel mal wieder vergessen haben? Kein Problem, es kommt einem direkt in den Ranze reingeflogen. Das ist von mir jetzt auch mit anderen Dingen. Das ist von mir jetzt auch mit anderen Dingen. Bei Trickshots entsteht viel Müll. Daraus machen wir dann auch noch mal gute Tricks. Bitte die kaputten Tennis-Bellen. Und die Hausaufgaben sind... Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Mein Name's blurry, face and I know what you think.